Schaut mal, da kommt Leo. Wo fährt er denn hin? Er und seine Freunde sind ein tolles Team. Wir bauen ein neues Fahrzeug. Was brauchen wir dafür? Hier sind all die Teile. Leo, wir helfen dir. Leo, Leo. Leo, der Nastwagen. Leo, der Nastwagen, fährt an einem Schrottplatz vorbei. Hier werden Autos, die alt sind und nicht mehr repariert werden können, gelagert. Oh, der Nastwagen hat auch ein altes Flugzeug auf den Schrottplatz gebracht. Und das ist der Vergnügungspark. Scoop und die Roboter sind gespannt, was Leo gebracht hat. Teile natürlich. Lasst uns ein neues Karussell bauen. Das ist der Vergnügungspark. Alle sind aufgeregt. Die Roboter können es kaum erwarten, damit zu fahren. Wir beginnen mit dem größten Teil. Das ist der Motor. Jetzt kommt dieses Teil drauf. Das wird sich später drehen. Da kommt jetzt ein Turm drauf. Ja, Roboter. Dieses Teil brauchen wir auch. 5 blaue Stangen. 1 2 3 4 5 Wartet, Roboter. Das Karussell ist noch nicht fertig. Wo wollt ihr euch denn draufsetzen? Leo hat sich was überlegt. Wir müssen auf den Schrottplatz. Leo, wo bist du denn? Wir müssen Dinge finden, die wir fürs Karussell gebrauchen können. Eine Rakete, Flugzeug, Hubschrauber, Autos. Sie sind alt und schmutzig. Aber wir können sie waschen und neu anmalen. Der blaue Roboter putzt das blaue Auto. Der lilafarbene Roboter malt die Rakete an. Der Rennwagen ist fertig. Der Kran lädt die Fahrzeuge in Leos Ladekasten. Lass sie uns zum Vergnügungspark bringen und am Karussell montieren. Da sind wir. Boxauto. Flugzeug. Rennwagen. Rakete. Und Hubschrauber. Fertig. Jetzt können die Roboter Karussell fahren. Los geht's. Wow, mit dem neuen Karussell zu fahren macht Spaß. Gut gemacht, Leo. Gut gemacht, Leo.